Die 5 besten Damen-Mini-Rucksäcke, unser Toppics Ich habe den Martijn Rucksack für Damen gekauft und bin begeistert. Er ist nicht nur elegant, sondern auch praktisch mit einem USB-Ladeanschluss, der mir das Aufladen meines Telefons unterwegs erleichtert. Die Schulterschnallen sind einstellbar und der Rucksack ist wasserdicht. Ich kann den Rucksack als Handtasche tragen und er ist groß genug für alle meine täglichen Essentials. Der schwarze Rucksack passt gut zu meinen Outfits und ist ein tolles Accessoire für moderne Frauen. Ich würde den Martijn Rucksack jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem vielseitigen Rucksack-in-Rucksack-Handtaschen-Stil ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem K-Tec Rucksack Damen-Schultertasche. Er ist stilvoll und vielseitig, was ihn perfekt für den täglichen Gebrauch macht. Die wasserdichte Schultasche ist sehr praktisch, besonders bei schlechtem Wetter. Der kleine Rucksack bietet genug Platz für all meine Essentials und der Pom-Pom-Ball gibt ihm eine süße Note. Die Qualität ist sehr gut und ich würde diese Handtasche auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe diesen K-Tec Mode Rucksack vor kurzem gekauft und ich bin total begeistert. Er ist klein genug, um als Handtasche benutzt zu werden, aber groß genug, um alle meine wichtigen Sachen wie Handy, Schlüssel und Geldbörse zu verstauen. Der schwarze Lederlook sieht sehr schick aus und passt zu fast jedem Outfit. Ich habe ihn bereits bei einer Party und auf Reisen benutzt und er hat sich als praktisch und bequem erwiesen. Ich kann diesen Rucksack jedem empfehlen, der eine stilvolle und funktionelle Handtasche sucht. Ich bin begeistert von dem Elk kleinen Rucksack Damen, er ist ein echter Hingucker. Der Mini Damen Rucksack ist elegant und mit Kunstleder verarbeitet. Er ist leicht und sehr praktisch für den täglichen Gebrauch. Der kleine lässige Tasche kann sowohl als Umhängetasche als auch als Handtasche getragen werden. Der Rucksack ist eine perfekte Wahl für Mädchen, Frauen und Reisenpartys in der Fashion-Kategorie. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer stilvollen und funktionalen Tasche ist. Ich bin absolut begeistert von meinem neuen Ecosusi Rucksack Damen Klein. Das weiche, robuste PU-Leder und die süßen Details mit Quaste und Plüschball machen ihn zu einem echten Hingucker. Der Rucksack ist klein genug, um als Schultertasche verwendet zu werden, aber dennoch groß genug, um all meine wichtigen Dinge zu verstauen. Er ist nicht nur praktisch, sondern auch modisch und perfekt für Damen jeden Alters geeignet. Ich empfehle diesen Rucksack jedem, der eine stylische und vielseitige Handtasche sucht. Wir sehen uns im nächsten Video.